Hallo Leute, heute ist mein erstes GTA 5 Video, ich zeige euch einen Glitch und ja, wir sind in Sandy Shores, wie ihr es da sehen könnt, Sandy Shores, da müsst ihr auch hin. Dann seid ihr hier in der Wüste, ihr markiert diesen Einkaufsladen und fahren wir da jetzt erstmal hin. Also Leute, wenn ich bei meinen Videos was verbessern soll, meine ersten Videos waren noch nicht so gut, schreibt es in die Kommentare, ihr versucht sie zu verbessern. Und ja, wir fahren jetzt erstmal da hin. Ich habe gerade die Gwester, ich finde sie ist cool und schnell. Leute, ich zeige euch nochmal, das ist nicht dieser Einkaufsladen, nicht diesen, das ist der andere. Ihr fahrt da jetzt zu den anderen Einkaufsladen hin, dann zeige ich euch, ihr blickt ab, dann sind wir schon gleich da. Es werden in den nächsten Tagen viel mehr Videos rauskommen. Und ja, mit den Einkaufsladen meine ich diesen Einkaufsladen, ihr steigt aus, springt auf diesen Kaktus und dann hier. Und ihr könnt nicht getroffen werden von anderen, dann seid ihr hier im Glitch. Dann könnt ihr erstmal ein bisschen randalieren. Also ihr könnt nicht hier hochschießen, ne? Ja, hier sind die Wände. Ihr könnt nur hier, hier und ja. Und manchmal könnt ihr auch hier oben durchschießen. Und ja. Randalieren wir jetzt mal ein bisschen. Und ja, ich hoffe der Glitch hat euch gefallen. Und ja. Damit sage ich doch nur... Ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020